Die Schildbürger Bauen ein Rathaus Der Plan, das neue Rathaus nicht viereckig, sondern dreieckig zu bauen, stammte vom Schweinehirten. Er hatte, wie schon gesagt, den schiefen Turm von Pisa erbaut, der mittlerweile eine Sehenswürdigkeit geworden war. Und er erklärte stolz, ein dreieckiges Rathaus ist noch viel sehenswerter als ein schiefer Turm. Deshalb wird Schilder noch viel berühmter werden als Pisa. Die Schildbürger hörten das mit großem Behagen. Denn auch die Dummen werden gerne berühmt. Das war im Mittelalter nicht anders als heute. So gingen also die Schildbürger schon am nächsten Tage morgens um sieben an die Arbeit. Und sechs Wochen später hatten sie die drei Mauern aufgebaut. In der dem Marktplatz zugekehrten Breitseite war ein großes Tor ausgespart worden. Und es fehlte nur noch das Dach. Nun auch das Dach kam bald zustande. Und am Sonntag darauf fand die feierliche Einweihung des neuen Rathauses statt. Einwohner erschienen in ihren Sonntagskleidern und begaben sich mit dem Schweinehirten an der Spitze in das weiß gekalkte dreieckige Gebäude. Doch sie waren noch nicht an der Treppe. Da purzelten sie auch schon durcheinander, stolperten über fremde Füße, traten irgendwem auf die Hand, stießen mit den Köpfen zusammen und schimpften wie die Rohrspatzen. Die drin waren, wollten wieder heraus. Die draußen standen, wollten unbedingt hinein. Es gab ein fürchterliches Gedränge. Endlich landeten sie alle, wenn auch zerschunden und mit Beugen und blauen Flecken, wieder im Freien, blickten einander ratlos an und fragten aufgeregt, »Was war denn eigentlich los?« Da kratzte sich der Schuster hinter den Ohren und sagte, »In unserem Rathaus ist es finster.« »Stimmt«, riefen die anderen. Als aber der Bäcker fragte, »Und woran liegt das?«, wussten sie lange keine Antwort. Bis der Schneider schüchtern sagte, »Ich glaube, ich hab's.« Nun, in unserem neuen Rathaus, fuhr der Schneider bedächtig fort, »Ist kein Licht?« Da sperrten sie Mund und Nase auf und nickten zwanzig Mal. Der Schneider hatte recht. Im Rathaus war es finster, weil kein Licht drin war. Am Abend trafen sie sich beim Ochsenwirt, tranken eins und beratschlagten, wie man Licht ins Rathaus hineinschaffen könne. Es wurden eine ganze Reihe Vorschläge gemacht, doch sie gefielen ihnen nicht besonders. Erst nach dem fünften Glas Braunbier fiel dem Hufschmied das Richtige ein. »Das Licht ist ein Element wie das Wasser«, sagte er nachdenklich. »Und da man das Wasser in Eimern ins Haus trägt, sollten wir's mit dem Licht genauso machen.« »Hurra«, riefen sie alle, »das ist die Lösung.« Am nächsten Tag hättet ihr auf dem Marktplatz sein müssen. Das heißt, ihr hättet gar keinen Platz gefunden. Überall standen Schildbürger mit Schaufeln, Spaten, Besen und Missgabeln und schaufelten den Sonnenschein in Eimern und Kessel, Kannen, Köpfe, Fässer und Waschkörbe. Andere hielten große, leere Kartoffelsäcke in Sonnenlicht, banden dann die Säcke geschwind mit Stricken zu und schleppten sie ins Rathaus. Dort banden sie die Säcke auf, schütteten das Licht ins Dunkel und rannten wieder auf den Markt hinaus, wo sie die leeren Säcke von neuem aufhielten und ihr Eimer und Fässer und Körbe wieder vollschaufelten. Besonders schlauer hatte eine Mausefalle aufgestellt und fing das Licht in der Falle. So trieben sie es bis zum Sonnenuntergang. Dann wischten sie sich den Schweiß von der Stirn und traten gespannt durch das Rathaustor. Sie hielten den Atem an, sie sperrten die Augen auf, aber im Rathaus war es noch genauso dunkel wie am Tag zuvor. Da ließen sie die Köpfe hängen und stolperten wieder ins Freie. Wie sie so auf dem Markt herumstanden, kam ein Landstreicher des Wiegs und fragte, wo es denn fehle. Sie erzählten ihm ihr Missgeschick und dass sie nicht ein- noch auswüßten. Ihr merkte, dass es mit ihrer Gescheitheit nicht weit her sein konnte und sagte, »Kein Wunder, dass es in eurem Rathaus fünster ist. Ihr müsst das Dach abdecken.« Sie waren sehr verblüfft und der Schweinehirt meinte, »Wenn dein Rat gut sein sollte, darfst du bei uns in Schilder bleiben, solange du willst.« »Jawohl«, fügte der Ochsenwirt hinzu, »und essen und trinken darfst du bei mir umsonst.« Da rieb sich der Landstreicher die Hände, ging ins Wirtshaus und bestellte eine Kalbshaxe mit Kartoffelsalat und eine Kanne Bier. Tags herauf deckten die Schildbürger das Rathausdach ab. Und, oh Wunder, mit einem Male war es im Rathaus sonnenhell. Jetzt konnten sie endlich ihre Ratssitzungen abhalten, Schreibarbeiten erledigen, Gemeindewiesen verpachten, Steuern einkassieren und alles Übrige besorgen, während der Finsternis im Rathaus liegen geblieben war. Da es damals Sommer war und ein trockener Sommer obendrein, störte es nicht weiter, dass sie kein Dach über dem Kopf hatten. Und der Landstreicher lebte auf ihre Kosten im Gasthaus, tafelte mittags und abends, was das Zeug hielt, und kriegte einen Bauch. Das ging lange Zeit gut, bis im Herbst graue Wolken am Himmel heraufzogen und ein Platzregen einsetzte. Es hagelte sogar. Und die Schildbürger, die gerade in ihrem Rathaus ohne Dach saßen, wurden bis auf die Haut nass. Dem Hufschmied sauste ein Hagelkorn, groß wie ein Taubenei, aufs Nasenbein. Der Sturm riss fast allen die Hüte vom Kopf, und sie rannten durch Nestner Hause, legten sich ins Bett, tranken heißen Fliedertee und niesten wie die Schöpse. Als sie am nächsten Morgen mit warmen Tüchern um den Hals und mit roten, geschwollenen Nasen zum Ochsenwirt kamen, um den Landstreicher zu fragen, was sie tun sollten, war er verschwunden. Da sie nun niemanden hatten, der ihnen hätte helfen können, versuchten sie es noch ein paar Wochen mit dem Rathaus ohne Dach. Als es dann aber gar zu schneien begann, wie die Schneemänner am Rasttische hockten, meinte der Schweinehirt, Liebe Mitschielbürger, so geht es nicht weiter. Ich beantrage, dass wir mindestens für die nasse Jahreszeit das Dach wieder in Ordnung bringen. Sein Antrag wurde von allen, die sich erkältet hatten, angenommen. Es waren die meisten, und so deckten sie den Dachstuhl wie vorher mit Siegeln. War es im Rathaus freilich, wie der Stock finster. Doch diesmal wussten sich die Schildbürger zu helfen. Jeder steckte sich einen brennenden Holzspan an den Hut, und wenn es auch nicht sehr hell war, sie einander doch wenigstens ungefähr erkennen. Leider begannen die Späne nach einer Viertelstunde zu flackern. Nach einer halben Stunde roch es nach angebrannten Hütten saßen die Männer wie vor Monaten im Dunkeln. Es war ganz still geworden. Sie schwiegen vor lauter Erbitterung. Plötzlich rief der Schuster aufgeregt. Da, ein Lichtstrahl! Tatsächlich, die Mauer hatte einen Riss bekommen, und durch ihn hindurch tanzte ein Streifen Sonnenlicht. Wie gebannt starrten sie auf den goldenen Gruß von draußen. Oh, wir Esel, brüllte da der Schweinehirt, wir haben ja die Fenster vergessen. Dabei sprang er auf, fiel im Dunkeln über die Beine des Schmieds und schlug sich an der Tischkante drei Zähne aus. So war es. Sie hatten tatsächlich die Fenster vergessen. Sie stürzten nach Hause, holten Spitzhacken, Winkelmaß und Wasserwaage, und noch am Abend waren die ersten Fenster fix und fertig. So wurden die Schildbürger zwar nicht wegen ihres dreiegigen Rathauses, sondern vielmehr durch die vergessenen Fenster berühmt. Es dauerte nicht lange, so kamen auch schon die ersten Reisenden nach Schilder, bestaunten die Einwohner, übernachteten und ließen überhaupt ein gutes Stück Geld in der Stadt. Seht ihr, sagte der Ochsenwirt zu seinen Freunden, als wir gescheit waren, mussten wir das Geld in der Fremde verdienen. Jetzt, da wir dumm geworden sind, bringt man es uns ins Haus. Und dann, da wir dumm geworden sind, bringt man es uns ins Haus.